Hallo, hier ist wieder Ingo, Ofenbaumeister von Haag und da ist ein Problem. So wie man sieht, ist hier kein Durchblick mehr. Das sieht so aus. Das kann passieren, wenn dementsprechend nasses Holz benutzt wird oder auch eine Falschbedienung des Ofens getätigt ist. Ich werde das jetzt reinigen, damit wir wieder einen Durchblick bekommen. So, bevor wir hier die Scheibe reinigen, sollten wir alles abdecken und dementsprechend auch den Boden, dass hier nichts passiert und runtertropfen kann. Für die Scheibenreinigung benutzen wir unsere Paste. Die ist ökologisch unbedenklich und wir schwören drauf. Kann man bei uns auch bekommen. So, dann decken wir mal ab. Damit nichts dreckig wird. Ja, los geht's. Auf die verschmutzte Scheibe jetzt unsere Paste einbringen. So, jetzt noch eine Minute warten und dann trocken nacharbeiten. Abdecken sieht man jetzt warum. Jetzt kommt die Feinarbeit. Jetzt bringen wir die Sache auf Glanz. Und schon wieder haben wir den Durchblick. Bis zum nächsten Mal, euer Ingo von Haag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.